Unser Automauer hat heute Hitze frei. Ich möchte nicht, dass er das Gras zu kurz mäht, weil hier im Moment so einige kleine gelbe Stellen auftauchen im Rasen. Ich habe gestern Abend schon mal eine halbe Kartoffel ausgelegt, damit ich sehen kann, ob hier Drahtwürmer unterwegs sind. Und ich habe etwas Weizenkleie und Zucker ausgelegt, um zu sehen, ob Engerlinge oder hauptsächlich Tipularlarven hier irgendwo im Rasen sind. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe heute Morgen schon mal geguckt. Nichts zu sehen. Auch hier ist nichts zu sehen. Aber darum soll es eigentlich heute gar nicht gehen. Ich möchte heute mal einen Test machen, was der Meer mit den Früchten dieses Baums macht. Das ist nämlich ein Walnussbaum. Im Moment sehen die Früchte noch so aus. Ich habe ein paar übrig behalten vom letzten Jahr. Das sind diese hier. Und ich möchte mal sehen, was passiert, wenn der Meer über so eine Nuss drüber wegfährt. согласnberry noch einen Kaffee zu sehen. Das ist됐lich, wie auch die Jaffee. Когда die Bauma aufwand jetzt man sieht, was er마 personne anfi, dann bei einem Kaffee erklärt zu jaunen. Dann komme ich einmal in der Bauma auf schöne Lindsay. Welche Lass starts mit einer bestimmten Haufeln. Und dann komme ich damitens decision. Also werde ich ganz bes clone. Ich ollut això. Das hat man sich in catastrophe. Tja, leider hat dieser Test keine Überraschung ergeben. Fast alle Nüsse sind angeknackst und damit für die Einlagerung nicht mehr geeignet. Für uns heißt das, dass wir jetzt in den nächsten Wochen, zumindest wenn der Mäher auf diesem Stück unterwegs ist, regelmäßig, stündlich, keine Ahnung, Nüsse sammeln müssen.